hallo ich bin schon wieder unterwegs ja der nächste tag heute morgen hat das schon noch geregnet aber jetzt heute nachmittag soll es abtrocknen vielleicht noch ein einzelnen schauer geben aber dann hält mich das drin nicht deswegen bin ich auch jetzt ein bisschen später los und deswegen gibt es auch nur eine kurze tour und da habe ich mir die vereine einem ausgesucht die sind nur paar kilometer östlich in so einem tal drin vom mittenwald also keine weite tour aber trotzdem wünsche ich viel spaß dabei bei diesem video jetzt bin ich hier wo es rein geht zum tal von der bundesstraße hier circa 500 höhenmeter aber sind nur sieben kilometer bis zu einem also es wird schon ordentlich hochgehen schon über 200 höhenmeter geschafft ganz schön knackig aber es ist komisch wenn man froh ist wenn das mal unter 10% fällt aber aussieht ist ja schon toll die ist ja echt schon toll viel komischer ist eigentlich wenn man sich ärgert dass es bergab geht wenn man auf dem rückweg muss man den wieder hoch bis jetzt Bis zum nächsten Mal. Einfach wieder klasse, sowas hier zu sehen. Aber ein eisiger Wind ist hier. Kann hier nicht lange stehen bleiben. Sattel erreicht da unten. Da unten ist die Alm. Noch ein paar Meter. Oh, wow. Oh, kurze Pause. Hier ein kleines Radler getrunken. Die Sonne kam leider nicht raus. Und jetzt geht es auch schon wieder zurück. Ganz schön frisch hier. Muss man sehen, ob die Jacke langt oder ob ich noch eine Hose anziehen muss. So, jetzt ein wirklich letzter Blick. Dann geht es abwärts. So, jetzt geht es abwärts. Oh, ein bisschen Regen ist ja immer noch unterwegs. Hoffentlich trifft das mich nicht. So, jetzt geht es abwärts. Muss ja doch nochmal regnen. Aber da fahr ich nicht so ab. Ich fahr das ab jetzt hier unter dem Regenschirm. Deswegen habe ich auch mal meinen Regenschirm mit. Das ist ja nur ein kleiner Schauer. Da stimmt auch mal das Sprichwort. Auf Regen folgt Sonnenschein. Ist noch nicht mal ganz vorbei. Wir sind gern 2 Tage vorne. Anhaltender 1 Musik Ich bin wieder heil unten angekommen, die Bremsscheiben haben wir ordentlich geglüht aber ich habe gestern auch die Bremsbeläge getauscht, das war mal gut so, das war doch eine schöne auf die schnelle Nachmittagstour nochmal dass mich der Regen nochmal da getroffen hat, das war ja nicht schlimm, das war ja nur kurz, alles okay ja, das Wetter soll besser werden, also habe ich morgen wieder was Größeres vor, eine ganz tolle Runde also lasst euch überraschen, was dann nächstes Mal kommt Also, ich hoffe es hat jetzt schon gefallen, das heutige Video, also bis zum nächsten Mal Danke fürs Anschauen, Moin Moin, oder wie man hier sagt, Servus Ach, und wenn dieses Video rauskommt, ist es wahrscheinlich schon Adventszeit Also, dann wünsche ich euch allen eine tolle Adventszeit